Du kennst es vielleicht auch, du sitzt am Schreibtisch, musst Physiologie lernen, verschiedene Signalwege usw. und bist immer deprimiert, weil die Sachen einfach schlecht hängen bleiben und du diese dann wieder relativ schnell vergisst? Wenn ja, dann bleib jetzt dran, denn in diesem Video geht es genau darum, wie du Physiologie effektiv mit Lerntechniken lernen und dir die Dinge einprägen kannst. Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Book Campus und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du mithilfe der Geschichtenmethode dir physiologische Inhalte, Signalwege usw. einprägen kannst. Der große Nutzen und Vorteil von diesen Lerntechniken ist es dann eben, dass du die Dinge schneller in den Kopf bekommst und die Lerninhalte dann wirklich auch länger abspeichern kannst. Vorab noch ganz kurz erklärt, was ist die Geschichtenmethode eigentlich? Das Prinzip ist so, du wandelst die einzelnen Lerninhalte in Bilder um und bastelst dir aus diesen einzelnen Bildern eine fantasievolle, lustige, verrückte Geschichte. Und da unser Gehirn Bilder, Geschichten, Emotionen, Sinne usw. liebt, bleiben dann die Dinge einfach auch wirklich effizient und langfristig abgespeichert. Also los geht's, fangen wir mit einem kleinen Beispiel an. Hierbei soll es jetzt auch gar nicht groß um das Verständnis und den physiologischen Hintergrund gehen, sondern es ist ein kleines abgespecktes Beispiel, dass dir einfach zeigen soll, wie man eben die Geschichtenmethode in der Physiologie an einem einfachen Beispiel anwenden kann. Also fangen wir beim Rezeptor oben an. Der Rezeptor aktiviert dann verschiedene Proteine und aktiviert so eine ganze Signalkaskade bis am Ende quasi ein Gen exprimiert wird und dieses dann weitere Funktionen ausführt. Wie gesagt, wir versuchen uns jetzt das Ganze mit Hilfe einer Geschichte und Bildern einzuprägen. Als erstes beginnen wir bei dem Rezeptor. Rezeptor klingt für mich so ähnlich wie ein Rezept, also stellen wir uns als erstes ein Rezept vor. Falls du dir jetzt einen ganz speziellen oder bestimmten Rezeptor einprägen möchtest, dann kannst du auch diesen Rezeptor hernehmen und dir explizit zu diesem konkreten Rezeptor ein Bild überlegen, das zum Beispiel dann so ähnlich klingt. Das ist prinzipiell meistens das Grundprinzip, dass wir einfach schauen, wie klingt ein Begriff und suchen uns dann ein phonetisch ähnlich klingendes Bild oder Objekt heraus, mit dem wir dann die Geschichte bilden. In unserem Beispiel geht es jetzt weiter, indem der Rezeptor ein G-Protein aktiviert. Für G-Protein könnte man sich zum Beispiel eine Schaukel, eine Affenschaukel vorstellen, die eine Form hat, die uns an das G erinnert, weil wir wollen uns ja das G-Protein merken. Und so können wir uns vorstellen, wie an unserem Rezept, das ja für Rezeptor steht, eine solche Schaukel hängt und hin und her schaukelt. Als nächstes sehen wir, das G-Protein aktiviert die Adenylazuglase. Für Adenylazuglase, das ist jetzt ein bisschen ein komplizierterer Begriff, können wir uns auch mehrere Bilder überlegen, damit wir dann mit diesen Bildern, mit der Hilfe dieser Bilder wieder auf den eigentlichen Fachbegriff kommen. Adenylazuglase klingt für mich wie AD und Nyl wie Null. Dann könnte man sich vielleicht überlegen, wie jemand sagt, AD, du bist eine Null. Und so könnten wir uns vorstellen, wie du vielleicht selbst zu jemandem AD sagst, du bist eine Null. Null eben für Nül und AD, indem du eben Tschüss sagst. Und damit wir uns noch Zyklase einprägen, könntest du dir überlegen, Zykl, Zeikel, klingt vielleicht so ähnlich wie Bicycle, wie Cycle, Bicycle, können wir uns ein Fahrrad vorstellen. Okay, jetzt haben wir also jemanden oder vielleicht du selbst, der AD sagt und sagt, AD, du bist eine Null und mit seinem Fahrrad davonfährt. Jetzt haben wir ja gesagt, wir möchten eine Geschichte uns merken. Wir haben ja schon das Rezept, an dem die Schaukel hängt. Jetzt verknüpfen wir die Schaukel mit der Person oder mit dir, die eben AD sagt und mit dem Fahrrad wegfährt und sagt AD, du bist eine Null. Also stell dir vor, wie du vielleicht selbst in dieser Schaukel sitzt und eben jemanden zurufst AD, du bist eine Null. Und weil das vielleicht den anderen provoziert hast, flüchtest du lieber mit deinem Bicycle, mit einem Fahrrad. Okay, weiter geht's. Als nächstes wird dadurch dann ATP zu CAMP umgewandelt. ATP steht bei uns auch in unseren Lernvideos, in unserem Lernpaket und so weiter. ATP ist ja ein Energieträger und dafür steht bei uns immer ein Akku. ATP, also dieser Akku, wird dann zu CAMP. CAMP, wenn man das eben ausspricht, zusammenhängend, dann klingt das wie Camp, wie Camping. Und da würde ich mir zum Beispiel ein Zelt vorstellen. So, jetzt verknüpfen wir also den Akku, der ja für das ATP steht, mit dem vorgehenden Bild, also mit demjenigen, der AD sagt und mit dem Fahrrad wegfährt. Jetzt könnte das vielleicht ein E-Bike gewesen sein. Der Akku wird schwach. Deswegen schnappst du dir diesen Akku oder nimmst noch einen extra Akku mit. Und du brauchst vielleicht, wenn du dann ins Zelt zum Campen fährst, vielleicht sowieso einen Akku für eine Taschenlampe, weil es im Zelt vielleicht dunkel ist und so weiter. Und stellst dir vor, du fährst mit dem Fahrrad, schnappst dir diesen Akku und mit dem Akku fährst du Campen und fährst zu deinem Zelt beim Camping. So, im nächsten Schritt aktiviert CAMP die Proteinkinase A, PKA und die wiederum CREB. Jetzt kannst du mal selbst überlegen, BKA, an was erinnert dich das vielleicht, dieser Begriff? PKA, da fällt mir zum Beispiel ein, ein Alpaka, PAKA wie PKA, die Proteinkinase A. Und so könnten wir uns vorstellen, unser letztes Bild in der Meergeschichte war ja das Zelt, wie du vielleicht in dem Zelt bist und vielleicht noch ein Alpaka dabei hast, mit dem du im Zelt schmust und es vielleicht lieb hast und streichelst, weil so ein Alpaka ja sehr weiches und wuschiges Fell hat. Also Alpaka für PKA. So, und die Proteinkinase A, die eben durch CAMP aktiviert wurde, aktiviert jetzt selbst das CREB. Und CREB, wenn man es eben ausspricht, zusammenhängend, CREB, klingt für mich oder erinnert mich an einen Krebs. Und du kannst dir jetzt vorstellen, dass Alpaka sieht vielleicht irgendwie am See, am Campingplatz einen Krebs und versucht diesen zu fangen und rennt los und der Krebs schreit schon nach Hilfe, weil es eben von diesem Alpaka verfolgt wird. Also Krebs für CREB. So, und dieses CREB bindet dann an der DNA zum Beispiel an die Stelle CRE, wodurch dann eben ein Gen exprimiert wird, wie zum Beispiel das Renin. Das kann jetzt auch was anderes sein, aber in dem Beispiel nehmen wir einfach mal, ja, das Renin her. So, und die Geschichte könnte jetzt so weitergehen. Vielleicht fängt das Alpaka wirklich diesen Krebs und beißt ihn die Beine weg. Und dieser Krebs, weil er jetzt keine Beine mehr hat und befürchtet, dass er vielleicht ganz gefressen wird, rennt davon. Damit können wir uns merken, sagen, der Krebs verliert ein Bein, B wie Bein, und CREB wird ja zu CRE, wo ja eben das B fehlt. B erinnert uns eben an die fehlenden B wie Beine des Krebses. Und dieser rennt ja weg. Und das Wegrennen, das Rennen, steht eben für Renin. Rennen, Renin. Also, wiederholen wir noch mal ganz kurz die Geschichte. Wir haben ein Rezept, an dem eine Affenschaukel in Form eines Gs herumbaumelt. In dieser Schaukel sitzen wir vielleicht selbst, rufen jemanden zu, ade do null, und fahren mit dem Fahrrad weg. Unser Akku wird leer, wir greifen und schnappen uns noch einen weiteren Akku, fahren mit dem auf den Campingplatz ins Zelt, wo wir mit einem Alpaka kuscheln. Und dieses Alpaka rennt einem Krebs hinterher und dieser Krebs verliert ein Bein und rennt davon. Wenn du jetzt in einer Prüfung sitzt, dann kannst du folgendermaßen hergehen. Du erinnerst dich an die Geschichte, überlegst dir, okay, das Rezept stimmt, das stand für Rezeptor. Wie ging es weiter? Die Affenschaukel, die die Form eines Gs hatte. Ach ja, G erinnert mich an das G-Protein. Also wurde vom Rezeptor schon mal das G-Protein aktiviert. Das ad do null steht eben für ade nyl. Und das Fahrrad im englischen ja Bicycle oder Cycle genannt, steht eben für Zyklase, also Adenylat-Zyklase. Dann der Akku voller Energie steht eben für ATP. Und das ATP wird dann umgewandelt in was? Du kannst mal selbst überlegen, wie die Geschichte weitergeht. Genau, wir fahren ja zum Campingplatz mit dem Zelt. Also Camping erinnert uns an CAMP. Dort kuscheln wir mit was? Mit dem, genau, Alpaka. Paka für PKA, für die Proteinkinase A. Und dieses Alpaka will eben den Krebs fressen. Dieser Krebs steht für CREB, ausgesprochen so ähnlich wie Krebs eben. Und dieser Krebs, was passiert? Das Alpaka reißt ihm ja die Beine heraus. Und das stand eben für den nächsten Faktor in der Signalkaskade, genau für das CRE, wo eben ja das B von CREB fehlt. Und was ist als letztes passiert? Genau, der Krebs rennt davon und das Wegrennen steht für Renin. So, das war jetzt ein einfaches abgespecktes Beispiel, wie du dir zum Beispiel so eine Signalkaskade dir einprägen kannst. Das Ganze funktioniert natürlich auch für komplexere Signalkaskaden, wo sich dann die Signalkaskade vielleicht aufspalte. Dann kannst du vielleicht die Geschichte auch in die eine Richtung weitergehen lassen und in die andere. Also so kannst du ganz kreativ sein. Aber du siehst, wie gut es funktioniert, wenn du dir so eine kleine Geschichte jetzt gut eingeprägt hast. Und wichtig ist hierbei, dass du dir die Geschichte wirklich visuell vor deinem inneren Auge ja abspielen lässt und dir vorstellst. Gerne dabei auch die Augen zumachen, denn je besser du das Ganze wirklich visualisierst, umso länger und besser bleibt es dann auch in deinem Gedächtnis hängen. Und außerdem versuch dir diese ganze Geschichte mit möglichst vielen Emotionen und verschiedenen Sinnen vorzustellen. Denn das kennst du bestimmt auch schon aus anderen Videos von uns. Je mehr Emotionen und Sinne beim Lernen oder in solchen Geschichten gehalten sind, umso besser und langfristiger kannst du dir die Dinge dann auch noch merken. Wenn dir das Video gefallen hat, lass dem Video gern Daumen hoch da. Abonnier auf jeden Fall gern unseren Kanal, wenn du uns unterstützen möchtest. Und wenn du noch weitere Merkvideos, Eselsbrücken und so weiter möchtest, dann schau gern mal auf unsere Homepage vorbei. Dort findest du in unserem Online Lernpaket viele, viele, viele Merkvideos, wo du wirklich einmal auf Play klicken musst und dann wirklich die Lerninhalte schon abgespeichert hast und dann einfach in sehr kurzer Zeit dir die Sachen auch langfristig einprägen und abspeichern kannst. Ansonsten, wenn du noch Themenvorschläge hast, zu denen ich auch mal ein Video hier auf YouTube aufnehmen soll, dann lass es mich gerne in den Kommentaren wissen und ich wünsche dir jetzt viel Erfolg beim Ausprobieren dieser Geschichtenmethode und alles Gute weiterhin in deinem Studium. Machs gut, ciao!